Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 7. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es weiter hier mit Resident Evil und der Horror ist wieder gegenwärtig. Ja, ich bedanke mich bei euch nochmal ganz herzlich für eure lieben Comments, für die Daumen im Voraus. noch mal ganz lieben Dank dafür. Euer Trainsack ist wie immer für euch am Mic. Ich will vor allem mal da drüben in diesen kleinen Caravan, irgendwie muss ich hier mal rauskommen aus der Butze. Ich finde das hier viel zu spannend, als dass ich da mit der Oma mich da auseinandersetzen will. Das kommt dann alles auch noch. Da können wir immer noch nicht, mit dem Messer können wir da auch nix machen, ne? Ne, da können wir nix machen, ok. Ich habe jetzt hier mal den Kamerawinkel ein bisschen verstellt. Was haben wir hier? Flüssige Chemikalie. Sehr schön. Aua, ich will auf jeden Fall meine Wumme. Ok. Schauen wir mal was hier. Oh, das Bad. Hier bin ich ja noch gar nicht gewesen. Machen wir schnell mal die Tür zu. Was haben wir hier? Da ist nix drin. Vielleicht finde ich ja irgendwann nochmal in diesem Leben Dietrich. Oh, Pistole Munition. Sehr schön. Da hat sich der Wicher schon gelohnt. Ja, eigentlich haben die Bakers hier doch genug Platz. Was haben wir hier? Und noch eine antike Münze. Ok. Hm, hm. Was weiß ich jetzt gar nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn ich den hier ziehe. Schauen wir mal. Da ist was drin. Ähm, das kann ich glaube ich nicht mehr nehmen, weil ich schon so viele Sachen dabei habe. Das ist ja mal übel. Habe ich irgendwas? Zwei antike Münzen. Chemikalien Flüssigkeit. Flüssigkeit. Hm, hm, hm. Kann ich hier noch irgendwas kombinieren? Ja, hiermit doch, ne? Jo, da haben wir wieder einen freien Platz. Holzstatue. Holzstatue. Genau. Die brauchen wir nämlich. Die Holzstatue. Oh, shit! Oh, fuck. What? Shit, shit, shit. Oh, shit, shit. Shit. Shit, shit, shit. Oh, ich glaube ich geb er lieber. Ohhh. Raus, raus. Ah, shit! Oh, shit, shit. Was hat der denn dabei? Oh. Jetzt habe ich aber richtig Munition verballert hier. Oh. Ne, hier kann ich nix mehr. Ach, das ist andere Munition. Okay. Oh, meine Güte. Das war aber richtig cool gemacht. Was hier ist noch irgendwas? Haufen. Ach so, abscheuliche Haufen. Okay. Oh. Oh my goodness. Angeschlagen bin ich zum Glück nicht. Ne, sieht gut aus. Ich fürchte mal, der Idiot, der wird noch ein paar Mal kommen. Mach mir die Tür. Mach bloß die Tür zu. Oh, da kommen wir nicht durch. Okay. Was haben wir hier? Grünes Kraut. Ach, das ist doch viel cooler hier in dem Haus, als mit der alten Oma sich da... Da haben wir wieder das Billardzimmer. Oder? Ist das immer ein anderes Zimmer, oder? Ne, das ist das Billardzimmer. Alles klar. Okay. Oh. Was ist das hier? Ein Schlangraum? Da brauche ich auch wieder irgendwas zum Reinsetzen. Ich habe hier jetzt verbesserte Pistolenmunition. Da könnte man die Pistolenmunition verbessern. Mit L2. Durchschlagskraft erhöht. Oh mein Gott, jetzt langsam, aber langsam hier. Oh mein Gott. Gib mir mal Flüssigkeit. Flüssigkeit. Wo ist meine... Habe ich keine Chemikalie mehr hier? Da ist noch Kraut. Das Kraut. Kombinieren. Ach. Ich habe aber auch nichts mehr hier. So ein Schiet. Ich sollte vielleicht langsam mal... Mal gucken. Ich sollte vielleicht langsam mal... Ich glaube, ich bin jetzt ja oben. Runtergehen und speichern. Oh, verdammt der Axt. Kann ich hier nicht runter? Ja, kann ich. Ich will speichern. Ich muss speichern. Ich muss speichern. Ich muss nicht rein. Mach zu. Shit, 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 shit. Irgendwas. Kann ich das Ding nicht aufmachen hier? Ja. Ah. Ach, Mensch. Den können wir auf jeden Fall gebrauchen. Moment. Wir haben nicht genug Platz. Und das ändern wir auch gleich. Wo haben wir unsere Truhe? Da. Oh, ich bin sowas von aufgeregt hier. Ist ja nicht mehr normal. So, jetzt müssen wir erst mal was loswerden hier. Statue. Eigentlich brauchen wir den... Ach, hier, die antiken Münzen. Äh. So, da haben wir einen feinen Platz. Kraut. Das brauchen wir, glaube ich. Was ist das? Das Urpendel. Brauchen wir, glaube ich, auch noch nicht. Da ist doch noch Flüssigkeit. Äh. Urpendel. Machen wir auch mal hier rein. Das Urpendel. So. Okay. Und wir brauchen auf jeden Fall... Ich hab hier so Flüssigkeit. Anwenden. So. Wow. Wow, wow. So. Okay. Jetzt gehen wir erst mal schnell speichern hier. Zweimal Mr. Baker an einem Tag. Das ist ja nicht auszuhalten. Zack. So. Wow, wow, wow. Alles klar. So. Jetzt können wir nämlich den... Dingsen hier mit dir. Nimm den Dietrich. Nimm den Dietrich an dich. Dietrich. Hab ich jetzt genommen. Hab ich jetzt genommen. Okay. Oh. Okay. Okay. Okay, okay. Mr. Baker. Der Mann, der bringt mich hier noch ins Kram. Echt. Der Typ ist ja hober Psycho. Moment, hier war doch eine Schublade. Hier ist eine Schublade. Die ist aber verschlossen. Wenn ich hier neben der... Nein! Da ist der Baker schon wieder. Wie oft steht der denn auf? Oh, shit. Lass mal hier rein. Wow, wow. Schnell, Tür zu. Wie oft steht der Mann auf? Das gibt es ja gar nicht. Mach die Tür zu. Wow, 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 wow. Okay. Ähm, was hab ich hier? Ich hab hier diese komische Statue, ne? Das versuchen wir nochmal eben. Irgendwie muss ich die jetzt drehen, ne? Dass das da reinpasst, genau. Und die sollte sich hier irgendwie eine Tür öffnen. Wenn Mr. Baker mich nicht wieder 23 Mal stört. Na? Wo ist diese obere? Äh. Das war doch eben schon recht gut. So auf die Schnelle geht das hier nicht. Ah, die Flügel. Das ist nach oben. Ach du Scheiße. Das Ding kann man ja in alle Richtungen drehen. Scheiße. Die Spitze muss nach unten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war doch eben schon. Oh, 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 oh. Ja. Komm. Das passt doch schon. Oder nicht? Das sieht doch schon gut aus, oder? Oh, da sind die. Hm. Hm, hm, hm. Also im Speedrun wäre ich bestimmt nicht der Beste hier. Wenn ich hier im Speedrun durch bin, obwohl, wenn man das einmal gemacht hat, dann ist das, glaube ich, auch nicht mehr so das Problem. Oh mein Gott. So, da sind diese komischen Flügel. Da! Jetzt haben wir es. Moment. Komm, das passt doch. Warte mal. Noch ein bisschen so. Oh, sind die pingelig hier. Das gibt es ja gar nicht. Das passt doch schon lange. Also, das passt ja nun. Die Flügel passen. So. So. Oh, voll pingelig hier. Also, so ist es auf jeden Fall richtig, irgendwie. Unten muss noch die kleine Drehung. Ah, meine Güte. Sind die pingelig. Hm. Komm. Das passt doch schon lange. Mensch. Komm her, komm her. So, weiter so. Ich habe da jetzt schon alle Möglichkeiten hier gleich durch. Ah. Ach so, ich muss auf den Knopf drücken. Scheiße. Okay. Wir haben es. Wir haben es. Wer baut diesen Mist? Ja. Das möchte ich auch mal wissen. Hier haben wir ein Bild. Ach so, da ist, das ist das Bild. Okay. Boah. Okay. Schauen wir mal, dass wir hier irgendwie durchkommen. Die Folge ist auch schon wieder super lang. Wir müssen hier auch gleich schon wieder. Und. Es wäre ja nice, wenn wir hier gleich. Oh, hier ist noch ein Raum. Wow, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wahrscheinlich sterben wir sowieso gleich. Insofern. Wow, was für ein cooler Raum hier. Ja, Munition. Oh, fuck, fuck, fuck. Was war das? Flüssige Chemikalie. Jawohl. Der Krenraum. Momento. Den müssen wir auch nacheben machen. Äh, Messer. Messer. Jawohl. Da kann man nicht... Was ist hier drin? Da kann man nicht rein. Dietrich. Geht dann Dietrich? Ne. Geht nicht. Aber. Wir können uns hier noch ein bisschen was sichern. Was haben wir da? Psychotonikum. Okay. Wow. Wow. Nice. Schnell meine Womme mal holen hier. Dietrich. Jawohl. Was haben wir da? Flit-Munition. Sehr schön. Leute, ich würde hier gerne mal raus langsam aus der Butze. Heute kann ich irgendwie kein Ende finden. Das Spiel macht so einen Spaß. Auch wenn Mr. Baker mich schon... Nun mach es auf. Öff da. Da. Öff. Ii. Da ist ja noch irgendwas anderes drin, oder? Genauer untersuchen. Ne. Okay. Okay, okay. Da ist auch nichts. Wow, 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 wow. Ist das super. Boah, fuck, fuck, fuck. Nochmal, nochmal, nochmal. Haben wir es? Haben wir es? Noch so ein Psychomonster hier. Okay, jetzt lass ich mal raus hier endlich. Verdammte Axt. Was ist das denn hier? Kann ich nicht? Munition. Ich brauche Munition. Ich mache die blöde Tür zu. Wow, was ist das für ein Riesenhaus hier? Ja. Was ist das für ein Riesenhaus? Da, wo geht das da hin? Das will ich jetzt wissen. Da brauche ich bestimmt wieder einen Schlüssel, oder was? Wow, was für ein Riesenhaus. Krass, oh, Matt. Wo bin ich hier denn jetzt? Hier soll ich bestimmt nicht sein. Schätze ich mal so. Shit. Ah! Shit! Shit, shit, shit. Der kommt. Oh, fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Sag mal, wie lange lebt der denn? Oh, Psycho. Psycho. Oh. Ich habe nur noch ein Mittel. Ich bin aber noch nicht kritisch. Noch gelb. Mann, hier muss es doch irgendwo mal rausgehen. Das gibt es doch gar nicht. Verschlossen. Was ist das denn für ein Psycho-Haus hier? Das war, glaube ich, keine gute Idee, dass ich hier langgegangen bin. Wenn ich jetzt noch einmal... Na, da kommt schon der Nächste. Chemikalien nehmen. Raus, 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 raus. Sauber. Mann, Psycho hier. Was ist... Was geht hier ab? Heute habt ihr hier wieder die super special hammerlange Runde hier. So. Was ist das hier für ein Psycho-Raum? Roar! 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 Oh, 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 hier ist alles voll. Munition, Munition. Da war doch eben Munition. Shit, shit. Da rein, da rein, da rein. Oh, 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 oh. Oh, shit, shit, shit. Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Oh, shit, die sind schon wieder hinter mir. Verzieh mich jetzt hier. Hier rein. Mach zu, mach zu. Oh. Gibt's hier auch irgendwo mal einen Ruheraum? Das ist ja nicht zu fassen. Oh, Psychopharma-Kapellen. Wo ist denn mein Tonikum? Ja, Mensch, nimm doch mal den blöden Arm da weg. Ich kann doch nichts sehen. Das ist das Psychotonikum. Der nimmt seinen blöden Arm da nicht weg. Ach, null. Kann ich nichts mehr nehmen. Nee, ich bin weg vom Fenster hier. Das hat sich erledigt. Das war's. Leute, das war's. Das war's. Krasse Aktion, meine Lieben. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Das war eine super XXL-Runde heute hier. Lasst doch bitte ordentlich Comments und Likes und alles, was geht da. Richtig viel Action, Leute. Ich bedanke mich bei euch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und Transac sagt Ciao, ciao, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017